Komm ich runter, dann kannst du dir was sagen. Okay, besser rein. Ein bisschen Nationalismus geht nicht. Ein bisschen schwanger geht schließlich auch nicht. Nationalismus bedeutet Abgrenzung. Im Deutschen auch gerne mit dem Wort Volk in Zusammenhang gebracht. Volk rekurriert immer wieder auf die Blutgemeinschaft. Was ist das? Eigentlich eine Tischdecke? Ich würde es gerne tun, aber es ist einfach nicht einfach hier im Wind. Das ist der Kampf. Der Kampf mit dem Nationalismus ist auch ein Kampf mit den Naturgewalten. Vielleicht. Aber die Intelligenz wird siegen. Ein einfacher alter Taschenspielertrick. Technologie des Widerstands. Kampf mit dem Wind. Kampf mit der Fahne. Keine Fahnen. Keine WM. Wo kein Land, da kein Nationalismus. Wo kein Land, da keine Nationalmannschaft. Wo keine Nationalmannschaft, da keine WM. Die letzten Fahnen vernichten. Nationalmannschaften abschaffen. Selbst diese Fahne muss eigentlich nicht gehitten werden.